hallo und herzlich willkommen zum technikratgeber mit wolfgang rudolf hallo und herzlich willkommen ich habe ihnen eine tastatur mitgebracht die sieht schick aus alu gebürstet hat große schöne tasten die haben einen richtigen druckpunkt rückseite kunststoff so wofür sie haben eine tastatur ja klar diese tastatur hat aber verschiedene funktionen die können sie an verschiedenen betriebssystemen betreiben zum beispiel bei apple am ios sie können sie unter windows betreiben und den unterschiedlichsten versionen ich habe es unter linux ausprobiert auch gar kein problem unter android läuft sie und wie können sie mit ihrem mitnehmen computer betreiben egal ob sie einen notebook haben oder ob sie ein ipad haben oder ob sie ein anderes gerät haben von einem anderen hersteller das spielt gar keine rolle also ein tablet pc von hp von acer von was weiß ich wem nicht alles läuft und sie können es an ihrem heimcomputer auch betreiben und da ist hier extra noch mal ein usb-dongle hier drin versteckt den stecken sie an den heimcomputer bei mir unter linux einfach reingesteckt angemeldet fertig lief scheint wirklich universell zu funktionieren also da hat general keys gute arbeit geleistet ich will sie mal zeigen wie es hier mit dem ipad geht diese klappe wo dieser dongle darunter versteckt ist die gleichzeitig so als halter für ein beliebiges gerät so und jetzt haben wir hier unser gerät und jetzt habe ich hier meine tasten aber wenn ich zum beispiel helligkeit bedienen will schauen sie da hell dunkel das funktioniert vollkommen problemlos laut leise funktioniert vollkommen problemlos ich kann meine dia show starten was auch immer also eine tastatur die für alle computer die in meinem umkreis verfügbar waren problemlos funktioniert die gut aussieht stabil ist und die ich auch zu hause an meinem computer verwenden kann mit dem dongle in den computer gestoppt mich aufs sofa gehauen und dann über ein großes display irgendwelche videos geguckt und mein rechner damit gesteuert ist eine schöne eine ideale sache also schauen sich erst an general keys hat ein tolles produkt auf den markt gebracht und das ist es wert dass man blick drauf wirft viel spaß damit und tschüss